Warnung! Feindkräfte nähern sich! Respekt für diese Leute, wie die Marionetten sagen. Das sind ganz normale Leute aus der Nachbarschaft. Das sind wir. Aber das sind nicht die Einzigen da draußen. Habt ihr schon mal von etwas namens National Security Presidential Directive 51 gehört? Nee, habt ihr nicht? Das ist nicht gerade das, was man auf dem Titelblatt der Post findet. Nein. Wir haben gerade eine neue Ladungstheropor gebracht. Bei Ihnen alles klar? Ja, wir stellen schon die nächste Ladung her. Wir müssen jetzt reichlich Vorrat haben. Wir haben das Hauptquartier der Cleaners gefunden. Die benutzen eine Baustelle als Operationsbasis und Nachschublager. Es ist nur schwer verstecken, wenn man genug Napalm kocht, um ganz Canarsy zu grillen. Was Captain Benitez sagen will, ist, dass sich dort auch ihre Hauptproduktionsanlage für Napalm B befindet. Ohne die Anlage wären die Cleaners ein sehr viel kleineres Problem. Natürlich können Sie nicht einfach da reingehen und den Stecker ziehen. Dieser Joe Farrow ist anscheinend Ihr Anführer und er hat die Hälfte seiner Leute zur Verteidigung zusammengezogen. Die müssen Sie ausschalten, sonst wird das nichts. Nein. Glaubhafte Abstreitbarkeit, Leute. Beschissene, glaubhafte Abstreitbarkeit. Call of the free. Von wegen. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Bewegt sich nicht. Die meisten sind jetzt geizig. Sie nicht. Hallo. Ich frage mich, ob wir es schaffen. Komm schon. Ich frage mich, ob wir es schaffen. Das ist ein Evakuierungsbefehl, Sir. Sie bleiben auf eigenes Risiko. Wir reißen uns den Arsch auf. Und ihr haut einfach ab. Sir, Sie müssen gehen. Nehmen Sie die Hände weg. Alle Einheiten, die Cleaners treiben sich in der 23. West herum. Meiden Sie den Bereich. Ich frage mich nicht. Herr Sch willing, bitte. Ich bin ja sehr firing. Hier ist jemand. Machen wir es schnell. 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 Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.